Ich habe ein paar Beginn-Rübik-Squeues gelöst, um zu beweisen gegen Rassismus. Ich war beim Bäcker und wollte 30 Brötchen, und da sagt der Bäcker zu mir, nehmt er 40, dann platzt die Tüte. Ballerina muss man skizzieren. Das ist wie mit einem Bleistift nach Frankreich, nur, dass ich glaube, dass das auch Rassisten das nicht geschafft hätten. Die hätten ihre Leisten Persuade of Happiness, die gar nicht reingebracht oder so. Puh-Cuh-u-Ca-u-Cah-u-Cah-u- Co-cha-u-cah-u-cha-gum- Amatmen Juni 2012 haben wir angefangen, also als Band zu arbeiten. Wir haben Crack hier nach Berlin geholt, um die Position anzufassen und ins Studio zu gehen. Das war halt so, nachdem wir unseren Koks und so verbraucht haben. Endlich Mahlzeit und Shisha! Lyro-Plyrodon, Charlie! Ein magisches Lyro-Plyrodon! Ja, genau. Nein, 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 nein! Würde ich mich noch nicht kennen, ich bin Stefanie! Wie gesagt, kein einziger Philipp und Baben. Es ist dann der Zeit für die Stadt von mir gefickt zu werden. Wo geht´s? Deutschland, Deutschlandlla la la, ich pack mal die Haltung rein. Wie, einstörend... D graft, attütt. Hi, ich bin angehender professioneller Beatboxer Pennsylvania. Piu-Peng-tüm-tü-sch, tü-sch. Ja, das ich gut bin, müssten Sie mir nichts sagen. Plötzlich merke ich, das Dienstag ist. Dann renne ich runter und dann war ich plötzlich draußen. Und dann dachte ich mir so, heut ist ja Mittwoch, die Türen tun nicht. Und dann habe ich mir so, ob wir fliegen können, ja, nee. Hi, ich bin Hi. Hehehehe Hehehe 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 Hmm Hm, hm.